Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Excel-Tutorial. Und heute möchten wir uns mal damit beschäftigen, wie bekommen wir unsere Daten denn zusammengefasst. Konkretes Beispiel, ich habe hier drei Tabellenblätter, also Tabellenblatt 1, Tabellenblatt 2 und Tabellenblatt 3. Und das sind jetzt alles kleine Tabellen, die eben ein Vertriebler und ein Produkt haben. In dem Fall, hier sehen wir das, hier sehen wir das, ebenfalls wieder mal Charaktere aus unbekannten Fernsehserien, die außer mir keiner kennt, und entsprechend verschiedene Produkte, die wir hier haben. Also Tabelle 1, 2 und 3. Und jetzt stellt sich die Frage, wie bekommen wir denn diese Tabellen zusammengefasst. Und da hätten wir im Wesentlichen ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir könnten das entweder manuell über Kopieren, also Copy-Paste machen quasi. Wir hätten eine andere Möglichkeit, das über den Query-Editor zu machen. Das wäre jetzt auch meine Wahl erstmal. Und die schauen wir uns mal an. Also ich könnte jetzt hier direkt sagen, ich möchte beispielsweise aus einer Tabelle oder Bereich, ja, möchte ich meinen Power Query-Editor starten. Also wenn ich das tue, wenn ich nur in eine Tabelle, zum Beispiel Tabelle 1, reinklicke, dann da draufklicken würde, würde ich automatisch diese Tabelle hier in den Editor laden. Die sehe ich jetzt hier auch schon. Und dann könnte ich die entsprechend eben einmal schließen und laden. Dann hätte ich meine erste Abfrage quasi so reingemacht. So meine erste Abfrage, die würde jetzt hier auftauchen entsprechend. Und die könnte ich jetzt natürlich ergänzen, ja. Das heißt einfach, ich könnte sagen, ich möchte zusätzlich noch weitere Tabellen. Ich könnte hier reinklicken, wieder hier rein und könnte dann wieder sagen, also ich möchte auch hier beispielsweise dann unter Daten hier entsprechend dann wieder aus Tabelle oder Bereich die zweite Tabelle importieren und dann die dritte. Und dann könnte ich innerhalb des Editors, also wenn ich jetzt hier mal reinklicke, einfach mal schnell, um das zu zeigen, aus Tabelle oder Bereich wiederum, hätte ich eben innerhalb des Editors hier die Möglichkeit quasi meine Tabellen hier entsprechend dann auch zusammenzufassen. Da gibt es ja auch hier zu Abfragen zusammenführen, um die entsprechend dann untereinander anzuhängen, ja. Also zu appenden heißt das ja im Englischen. So, diese Option hätten wir. Das ist allerdings genauso manuell wie das Copy-Paste, ja. Das heißt, das würde keinen Unterschied machen, ob ich das jetzt, ähm, äh, ob ich das jetzt Copy-Paste, also mit Strgc, Strgv oder ebenso über den Editor hier zusammenbaue. So, da ich das nicht möchte, gehe ich nochmal hier rein und sage einfach mal, meine ursprüngliche Abfrage, die lösche ich mal. So, löschen. Ja, die möchte ich löschen, die brauche ich nicht mehr. Und entsprechend auch die Tabelle, die wir hier gestellt haben, möchte ich ebenfalls löschen. Ja, löschen. So. Gut, jetzt haben wir keine Abfragen mehr hier drin, so weit, so gut. Jetzt sind wir wieder in der Ausgangssituation. Also Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3. Also wie schaffen wir es, diese Tabellen möglichst schnell und effizient zusammenzufügen? Und auch hier wieder, mein Beispiel ist natürlich sehr, sehr einfach gestrickt, ähm, weil ich eben, ich will sagen, effizient bin und eben hier nur 3 Tabellen und es mal gebaut habe. Allerdings kann es ja sein, ihr habt entsprechend jetzt eine Excel-Datei mit, sagen wir mal, 100 verschiedenen Tabellenblättern und jede dieser Tabellenblätter hat entsprechend eine Tabelle und diese Tabelle hat vielleicht dann nochmal 1 Million Einträge oder so etwas. Ja, also, das ist jetzt mal übertrieben formuliert, aber so könnte es ja aussehen. Also ihr habt extrem viel und jetzt ist halt die Frage, macht ihr das manuell? Ja oder nein? Also ich würde ganz klar sagen, nein, denn meine Zeit ist mir dafür zu schade und eure Zeit ist euch mit Sicherheit dafür auch zu schade. Also, wie können wir das Ganze etwas beschleunigen? Dafür können wir ebenfalls, ähm, den Abfrage-Editor verwenden, den wir hier schon gesehen haben. Und zwar könnten wir folgendes machen, wir könnten ganz einfach sagen, anstatt jetzt hier aus Tabelle-Bereich, also aus den einzelnen Tabellen, ähm, letztendlich diese rauszuladen in den Editor und dort zu bearbeiten, könnten wir auch einfach sagen, Daten, Daten abrufen und einfach eine leere Abfrage erstellen. So, weil die können wir nämlich dann mit, da können wir dann unseren eigenen M-Code drin schreiben. Also ich könnte hier einfach sagen, äh, aus Datei und dann sage ich aus einer anderen Quelle und dann sage ich einfach mal eine leere Abfrage. Ich klicke mal da rein und wir sehen auch hier, der Editor öffnet sich wieder. Jetzt habe ich allerdings eben, ja, nichts enthalten, also auch keine Quelle in dem Fall, weil es ist eben nichts drin, ich habe ja nichts geladen. So, jetzt kann ich allerdings folgendes machen, ich kann entweder hier direkt meinen M-Code reinschreiben oder ich könnte hier in den inweiterten Editor gehen, da reinklicken und könnte da ebenfalls meinen M-Code reinschreiben. Ja, beides Optionen, wenn er länger ist, dann würde ich das hier empfehlen, wenn er extrem kurz ist, dann könnt ihr auch so hier direkt in die Zeile reinschreiben. Ja, in dem Fall machen wir das, weil wir müssen gar nicht viel schreiben. Alles, was wir tun müssen ist, wir schreiben einfach Excel, ja, Excel ist die Formel und da ist auch schon der erste Wert, dieses Excel Current Workbook, ist genau das, was wir brauchen, ja. Also ihr könntet einfach Excel.CurrentWorkbook hier reinschreiben, dann, da es eine Funktion ist, müsst ihr entsprechend zwei Klammern dahinter schreiben, um die auszurufen und dann einfach nur noch Eingabe drücken, weil wenn ihr das tut, müssen wir natürlich noch einen Punkt, den ich hier vergessen habe, ein ist gleich natürlich davor setzen, ja, also ist gleich Excel.CurrentWorkbook. Jetzt hat, und dann sehen wir jetzt auch hier, so, jetzt haben wir das aufgerufen und was wir jetzt sehen ist folgendes, und zwar zieht uns diese Funktion, diese Excel.CurrentWorkbook-Funktion, alle Tabellen in unserer Excel-Datei zusammen raus, in den Power Query Editor. Und das spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt drei Tabellen, wie bei mir sind, oder ob das jetzt tausend Tabellen wären, ja, überhaupt keine Rolle. Und wenn ihr mal eine Vorschau davon sehen möchtet, könntet ihr einfach nicht auf die Tabelle klicken, Vorsicht, dann würdet ihr sie automatisch schon quasi expanden, sag ich mal. Ihr wollt ja einfach mal daneben klicken hier und dann habt ihr hier unten so eine Vorschau, was denn letztendlich in diesen Tabellen, also in diesem Table hier drin ist. Und da seht ihr hier einen Vertriebler und ihr seht ein Produkt und ihr seht auch hier, wenn ich in die zweite reinklicke, ist wieder ein Vertriebler und Produkt und wenn ich in die dritte reinklicke, oder in dem Fall Tabelle 2, weil die sind jetzt gerade hier nicht geordnet, dann entsprechend ist das wieder ein Vertriebler und Produkt. Also im Wesentlichen zieht es sich nochmal all unsere Tabellen, die wir in unserer Excel-Datei hier drin haben, werden hier reingezogen, automatisch über die Funktion. Und das müssen wir jetzt eben nicht mehr manuell machen, denn jetzt müssen wir nur noch eins machen, und zwar ganz einfach hier entsprechend auf diese zwei Pfeile hier drücken, damit wir eben das Ganze expanden, sag ich jetzt mal, ja, also entsprechend die Tabellen uns vollständig darstellen, und dann nehme ich jetzt hier noch diesen ursprünglichen Spalten, mal als Prefix verwenden, nach raus, weil ich möchte ja bloß den Tabellennamen selber haben nehmen. Ja, und deswegen könnte ich jetzt einfach auf OK klicken, so, und jetzt sehen wir hier entsprechend unseren Vertriebler und unser Produkt, und sehen jetzt hier alle Einträge, ja, und da letztendlich die Tabellen auch immer gleich aufgebaut und strukturiert sind, also die heißen ja alle Vertriebler und Produkte, also in Überschriften, eben funktioniert das auch perfekt hier, und die werden einfach untereinander angefügt. Dann haben wir hier noch entsprechend die Quelle, also den Namen, Tabelle 1, 2 und 3, wobei, das brauchen wir, oder könnte man als Hilfe verwenden, falls ihr das benötigt, falls nicht, einfach rechte Maustaste entfernen, dann habt ihr die Spalte auch nicht mehr hier drin, und jetzt habt ihr eben nur noch euren Vertriebler, euer Produkt, und könntet das entsprechend einfach als Tabelle, als große, einheitliche, einzelne Tabelle in eurer Power BI quasi, oder Power BI sag ich schon, Entschuldigung, in Excel natürlich reinladen. Und alles, was ich jetzt noch tun muss, ist einfach auf Schließen und Laden klicken, also einfach mal hier drauf, so, und dann seht ihr auch, also hier, neues Tabellenblatt ist erstellt worden, und hier haben wir jetzt unsere Abfrage, die nehme ich jetzt mal raus, die brauche ich nicht mehr in Ansicht, und haben die direkt auch schon formatiert, und haben letztendlich hier unser Produktvertriebler und die komplette Kombination aus all unseren Tabellen, Tabelle 1, 2 und 3, hier reingeladen, und ich mache es mal ein bisschen größer, so, und damit können wir jetzt weiterarbeiten, ja, gut. Das war's für dieses Beispiel, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt mich vermisst, ist ja schon ein bisschen her seit dem letzten Video, ansonsten, ich wünsche euch alles Gute und eine gute Woche, bis zum nächsten Mal.